Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich freue mich einfach nur wirklich sehr, dass einer meiner zwei ganz, ganz großen Träume, das eine ist in Russland jemals eine Ausstellung zu haben, das andere ist in China einmal eine Ausstellung zu haben. Russland ist in Erfüllung gegangen. Ich finde, Sie haben schon alle Informationen bekommen. Ich möchte ja nichts mehr hinzufügen. Ich möchte jetzt einfach nur das sprechen lassen, was mir am besten liegt, und zwar die Kunst und Ihnen das präsentieren. Ich freue mich natürlich, dass ich auch die Ehre habe, mit einem so angesehenen Weltstar, wirklich wie Armin Müller-Stahl, zusammen in einem so wundervollen Haus wie das Buschkin-Museum zusammen ausgestellt zu werden und möchte mich auch bei allen Beteiligten, die Dirk gerade schon aufgezählt hat. Ich glaube, ich würde Sie langweilen, wenn ich Sie jetzt nochmal aufzähle, dass die ganzen Menschen da mitgewirkt haben und dass wir das alles, wirklich dieses Mammutprojekt, realisieren konnten und das Resultat mehr als zufriedenstellend heute hier präsentiert wird. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.